Eilmeldung, Sondersendung. Ja, also, da wollen wir doch rein, ein Parlament, das ist jetzt irgendein Parlament, ich konnte leider kein kostenloses Bild, das Deutschen finden, hier unten rechts bei dem runden Ding bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, es ist so, ich wurde gebeten, dass Wirrwarr, eine Psychologin hat sich bei mir gemeldet, Mitglied von Wir 2020, mal das Wirrwarr zu erklären mit den Parteien, ja. Ja, übrigens neueste Meldung, ich habe gerade eine Sendung gesehen von jemandem von die Basis, wenn das stimmt, dass es denen auch gelingelungen ist, Dr. Met Klaus Köhnlein, Klaus mit C und Köhnlein mit K, gewonnen zu haben, dann ist das eine Sensation, weil das ist einer der guten Denker, die wir auch gerne im Weltrat oder bei Next Scientist for Future hätten. Dr. Köhnlein steht dafür, dass er auch immer wieder darüber gesprochen hat, wie unser Medizinsystem tötet und tödlich ist für uns sozusagen und wie man als Arzt aus Irrtümern heraus Menschen tötet und so weiter und das ist sehr wichtig, denn das wissen wir natürlich von den Next Scientist for Future schon lange. So, dann gehen wir doch mal hier zur Eilmeldung und zu der Anfrage jetzt wegen, so, was ist los mit den Parteien? Bevor ich es vergesse, es gibt also auch noch die Föderalen, also zu aller Verwirrung gibt es auch noch die Föderalen, die sind aber im Internetfernsehen noch gar nicht aufgetaucht, also sind da noch bei null Klicks sozusagen und das, oder wenigen Klicks und das kann man deswegen vergessen, denn es geht nur so, wie ich es jetzt beschreibe, also die Psychologin schreibt jetzt und Mitglied von Wir 2020, wobei sie nicht schreibt, von welcher Unterabteilung, EU oder DE. Ich bin etwas verwirrt, ich bin vor einiger Zeit in die Partei Wir 2020 eingetreten, jetzt gibt es noch die Basispartei, gehören die zusammen, worin besteht der Unterschied? Ja, es gibt also auch noch die Föderalen und es gibt zwei Wir 2020, die Basispartei, die Föderalen und vielleicht gibt es noch fünf andere, von denen ich gar nichts weiß, aber von den Klickzahlen her sozusagen, ja, habe ich noch nichts anderes gesehen bis jetzt. So, dann meine Antwort. Wir 2020 gibt es doppelt, EU am Ende und DE am Ende. Die DE, die wir beraten haben, zumindest einen entstehenden Landesverband. Und auf der anderen Seite wird DE auch beraten oder sogar, da ist sogar jemand Mitglied geworden von economy4mankind.org und lösungen.jetzt. Ja, aber nur eine fusionierte Volkspartei kann regieren, also denn wenn die, nehmen wir mal an, andere Kleinparteien nehmen so und so viel Prozent weg, dann wird es nichts mit dem Kanzler, ja, mit Dr. Füllmich als Kanzler oder so, ja, das schaffen wir dann nicht. Also wenn die Leute alle ihr jetzt so nach dem Motto, es ist mir aber wichtig, Vorsitzender eines bedeutungslosen Kleintierzüchters oder Kaninchenzüchtervereins zu sein, nämlich die Partei so als Minispielzeug, das bedeutungslos ist, Leute, vergesst es. Entweder man startet mit einer Partei ins ganz große Geschäft durch oder macht die Partei zu, damit sie nicht stört, ja. Das bringt eh nichts. Nach ein paar Monaten habt ihr eh die Schnauze voll von einer nutzlosen Partei, ja. Also dann habe ich weitergeschrieben, wir 2020 ist zu inaktiv, dümpelt bei circa 10.000 Klicks. Die Basis hat mit Füllmich sofort 150.000 Klicks erzielt. Wir brauchen aber 20 Millionen. Ich selbst stehe mit meinen Freunden von den Next Scientists for Future und dem Weltrat bei circa 400.000 Klicks. Das bringt gar nichts, ja. Also von uns haben vielleicht in Deutschland 800.000 Menschen gehört, ein Prozent, einer von 100. Das bringt gar nichts. 800.000, die mal ein bisschen was über Next Scientists for Future und Weltrat gehört haben, das bringt nichts. Das kann man vergessen, ja. 20 Millionen Klicks braucht es mindestens für große Wahlerfolge, weil nur dann kann es vielleicht rüberschwappen in die großen Medien. Und dazu müssen aber alle, dazu müssen dann die Spitzenkandidaten oder Kanzlerkandidaten wie zum Beispiel Dr. Füllmich mit den Spitzenexperten von Sendung zu Sendung über Zoom-Sendungen oder Online-Sendungen von Sendung zu Sendung tingeln. Und jeden Tag eine Sendung muss kommen und jede Sendung muss 200.000 Zuschauer haben oder eine halbe Million und so weiter. Und anders geht es nicht. Und idealerweise kommt noch ein paar reiche Mäzene dazu, die dann auch noch dafür sorgen, dass auch so Sender wie Riso eine Sendung machen und so weiter, der wahrscheinlich Geld nimmt. Ja, unter dem man wahrscheinlich, ne. Ja, also ohne 20 Millionen, glaube ich, passiert da gar nichts. Ja, denn die meisten Klicks, die sind völlig wertlos. Schaut euch mal an, was da in den Kommentaren oft geschrieben wird, welches Niveau das hat. Reichsbürger, Nazis und andere Träumer und so weiter. Also von 20 Millionen Klicks sind ja nur eine Million vielleicht vernünftige, der Rest ist ja unbrauchbar und bedeutungslos. Ja, also das heißt, die Basis, und jetzt dann habe ich weitergeschrieben der Psychologin, die Basis, müsste man ja zusammenschreiben, Die Basis hat uns aber noch nicht als Berater gerufen. Deswegen hat sie mit Füllmich keinerlei Chance, denn die Schwarmintelligenz alleine wird sich als Schwarmdummheit erweisen. Die Reformen werden schlecht sein, unwählbar werden sie sein. Ja, sprich doch wir, also deine Partei an, wir 2020, deine Partei an, wenn ihr nicht bald große Promis präsentiert und euch nicht offen von den Experten beraten lasst, müssen wir zu die Basis wechseln, denn die haben wenigstens schon mal die Promis. Und wenn jetzt noch Klaus, damit Klaus Köhnlein dabei wäre, dann wäre das schon, ja, wie will man das noch einholen? Ja, jetzt haben die schon Promis Füllmich, Fischer und Köhnlein eventuell. Wenn jetzt noch Bhakti und Wodak dazukommen, mit Wodak dürften sie ja befreundet sein, wenn der jetzt noch dazukommt. Wie wollen wir 2020 mit einem, ja, eigentlich, ja, sozusagen, fragt sich, ob man noch mal jemals wird Dr. Schiffmann reaktivieren können. Aber der kann mit seiner Prominenz auch wahrscheinlich nicht ankommen gegen Füllmich, Fischer, Corona-Ausschuss und Dr. Köhnlein. Oder, und wenn da noch Wodak dazukommt und Bhakti, dann ist es vorbei mit WIR 2020. Das kann nicht mehr funktionieren. Also habe ich weitergeschrieben, wirke darauf hin, wirke darauf hin, sonst sind sowieso bald alle Chancen vorbei. Das geht alles so schnell. Jetzt sind acht Wahlen stehen an, ja, und alle schlafen und nichts passiert. Es braucht Profis, die anpacken. Ich war ja Mitglied aller großen Parteien, um sie von innen zu studieren. Hatte auch mal als Experiment auch mal eine eigene Partei. Und man muss das konsequent durchziehen. Und das ist richtig Arbeit. Und ohne Promis geht das nicht, weil dann quält man sich mit den Unterschriftensammlungen. Das muss alles über Internet gehen. Es muss irgendwie so gehen, dass dann wahrscheinlich irgendwie in den Großstädten entweder ist es möglich, diese Formulare downzuloden. Aber die sind ja alle vom Bundeswahlleiter gestempelt dann oder von den Landeswahlleitern. Ich glaube nicht, dass man das kopieren darf. Und dann müsste man ja von Stadt zu Stadt, in jeder Stadt müsste es Leute geben, die dann an Tausende an Leuten in einer Großstadt die Zettel verteilen. Die füllen die aus und dann müssen die wieder eingesammelt werden und zum Einwohnermeldeamt gebracht werden. Und das wahrscheinlich alles in Originalpapier und so weiter. Und ja, also so einfach ist das nicht. Und das braucht jetzt professionelles Vorgehen und Zupacken. Und ich habe den Eindruck, alle schlafen. Ja, deswegen habe ich ihr geschrieben, teile auch diese meine Erläuterung überall, spreche mit Parteienfreunden, liebe Grüße. Ja, und jetzt wieder zurück zu unserem Parlament. Wenn wir da rein wollen, dann müssen wir zupacken. Ja, und ja, dann der große Fehler. Ja, im Moment tun die Demos alles dafür, dass die ganze Bewegung ins rechte Lager weggedrückt wird von den Medien. Ja, die Medien tun alles, um das nach rechts wegzudrücken. Und wir als evolutionsbiologische, vernünftige, bodenständige, echte Linke können natürlich langfristig auch keine Partei beraten, die dann das Image in der Gesellschaft hatte, als rechts zu gelten, sozusagen. Also Leute, macht doch den anderen Menschen keine Angst. Tragt doch wenigstens Alibi-Masken auf den Demos und haltet zwei Meter Abstand voneinander. Denn der Gesellschaft, Angst zu machen, ja, die durchblicken das Ganze doch nicht. Die haben wirklich Angst. Und anderen Menschen Angst zu machen, ist doch klar, dass die dann draufhauen, ja. Das ist sowas von unklug, ja. Also wenn Demo dann zwei Meter Abstand und wenigstens Alibi-Maske, dass niemand was sagen kann, ja. Und, ja, denn so zerstört ihr auch, also wenn die Journalisten sich einmal eingeschossen haben, das Ganze als rechts abgeurteilt haben, dann gibt es keinen Wahlerfolg mehr. Dann kann man machen, was man will. Das gibt dann keinen Wahlerfolg mehr, ja. Denn dann wird man behandelt wie die AfD, nämlich als Aussätziger, ja. Und als Aussätziger wirklichen Erfolg haben und Deutschland regieren als Aussätziger. Wir sehen doch jetzt schon, dass die AfD schon tot ist, ohne es zu wissen. Die ist doch schon gestorben, denn die ist doch schon tot, ja. Die wird jetzt, die wird als Aussätziger behandelt und wird über kurz oder lang wird es ihr gehen wie den Republikanern oder der DVU oder all diesen Parteien oder der NPD. Die wird völlig bedeutungslos werden, ja, weil sie von allen wird nur noch auf sie eingeprügelt. Und wenn das mit der neuen Partei auch so wird, dann ist das schon gestorben, bevor es beginnt, ne. So, dann also noch einmal. Also ist nochmal ganz klar zu sagen, die neue Partei hat nur eine Chance, wenn sie sich als Mitte mit einer Prise links positioniert. Und wir als Berater sind ja sowieso, alle Berater sind sowieso sehr deutlich links und wollen eben eine echte, sozusagen soziale Politik. Null Arbeitslose, null Obdachlose, also eine echte, wir wollen also eine echte soziale, echte linke Politik, ja. Und auch bei der Bevölkerungspolitik, bei der Frage der Kinder, das ist echt sozial. Ja, und ja, und wenn es dann darum geht, die Überbevölkerung zu bekämpfen, ja. Wir wollen den Spruch der linken Emanzen ausweiten von, mein Bauch gehört mir, weil man dann immer abhängig ist von Verhütungsmitteln an der Pharmaindustrie und den Abtreibungen der Medizinindustrie, wollen wir auf den natürlichen Zustand gehen und wollen die linke Frauenemanzipationsbewegung nur um eine Kleinigkeit erweitern, nämlich mein Bauch und mein Neugeborenes gehören mir und so weiter, ja. Also das ist eben echte linke Politik und nicht eine pseudolinke, pseudosoziale Politik, die am Ende nur den Karrieren der Sozialspartler dient, die sich da, die ja davon leben, dass es ständig großbleibende sozusagen Parallelgesellschaften von verwahrlosten, ausgegrenzten Problemfällen gibt, ja. Und ja, also alles, was wir machen, auch wenn wir, wir haben gesprochen in der letzten Sendung über neues Asylgesetz, neues Einwanderungsgesetz, auch das ist hochsoziale linke Politik, ja. Ja, denn sozusagen, weil es für die Menschen auch so am besten ist, denn was nützt es, wenn Deutschland am Ende ein armes Land ist und die Leute sind mit Mühen nach Deutschland migriert, um dann festzustellen, dass plötzlich Deutschland auch ein armes Land geworden ist und es gar nichts bringt, da zu sein. Ja, also das ist auch keine soziale Politik, ja. 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 Wir machen eben echte soziale und echt linke Reformen und nicht das, was weiter nur die Sozialsparten bereichert. Ja. Ja, das habe ich aber, glaube ich, jetzt deutlich genug gemacht. Ja. Ja. Ja, also die ganze Bewegung muss jetzt endlich aufhören, damit Vorwände den Medien zu liefern, alles Neue gleich in die rechte Ecke abzuschieben und nur noch drauf zu prügeln, ja. Und ja, also morgen wird es dann wieder nochmal Versuche geben, so einzelne Programm-Aspekte, die die Experten vorschlagen, in Kurzsätze zu formulieren. Ja, also da müssen wir rein und das war es dann jetzt mit dieser Eilmeldung für heute, vielleicht noch das Tages-, also jetzt die Überschrift, ja. Also ist klar, wir müssen jetzt alles darauf konzentrieren. Wenn jetzt noch Dr. Köhnlein da wirklich dabei ist, dann müssen wir wirklich konzentrieren alles und alle bitteschön jetzt wechseln von wir 2020 zur Basis und fusionieren und die Basis anstupsen und vor dem Wechsel ganz klar sagen, aber ihr müsst mit den Experten zusammenarbeiten, denn die Promis alleine werden nichts bringen. Das landet bei vier Prozent und dann ist alles aus, ja. Dann geht alles so weiter, ja. Dann mit den vier Prozent hilft man sogar noch den Altparteien und hilft denen noch und bestätigt noch deren Corona-Verhalten, ja. Also wählt Dr. Rainer Füllmich beziehungsweise Viviane Fischer vom Corona-Ausschuss als Bundeskanzler mit 56 Prozent. Das reichen ja, um Kanzler zu werden, vielleicht schon 25 Prozent, ne. Und die Studie sagt ja, dass mit 99-prozentiger Sicherheit mindestens 33 Prozent wohl erreicht werden können, die simulierte Bundestagswahl und wir haben jetzt das Parteienchaos erklärt, ja, sozusagen und hoffentlich erklärt. Ich bin, weiß aber nicht, ob es noch zehn andere neue Parteien gibt, die dann also quasi nach dem Motto viele Köche verderben den Brei alles ruinieren werden. Ja, das war es mit dieser Eilmeldungssendung und, ja, da müssen wir rein, ja. Und es geht nur, also es sind drei Kräfte, die einer Partei helfen können. Reiche Mäzene und Sponsoren, die sind aber nicht unbedingt erforderlich. Aber das Minimum, was erforderlich sind, sind die besten Reformen der Welt. Und diese Experten stehen zur Verfügung, werden aber von der Basis noch nicht abgerufen. Von die Basis noch nicht abgerufen. Und die besten Promis, Füllmich, Fischer, Köhnlein, vielleicht noch Wodak und Bhakti, das wären ausreichende Promis für 20 Millionen Klicks im Internet. Aber ohne Experten, chancenlos, mehr als vier Prozent wird es nie geben ohne Experten, denn sie brauchen das Programm. Und es kann nur so gehen, dass die Reformen mit der Partei diskutiert werden und dann die Basis und die Schwarmintelligenz abstimmt. Es ist aber nicht gesagt, dass in diesem Schwarm den Mitgliedern der Partei, es kann ja sein, dass alle Mitglieder eher relativ unkluge Leute sind und die werden dann das sich in ihrer, da wird die Schwarmintelligenz sich dann als Schwarmdummheit erweisen. Ich kann nur hoffen, dass sehr viele kluge Leute Mitglieder der Partei die Basis sind. Das ist aber nicht unbedingt zu erwarten, weil sozusagen wer an Schwarmintelligenz glaubt und an Basisdemokratie glaubt, gehört meistens zu den etwas weniger Gebildeten, denn die sehr gebildeten Leute wissen, wie hochproblematisch es ist und wie sehr Basisdemokratisches zu ineffizienten Prozessen führt und zu relativ schlechten Entscheidungen und so weiter. Ich kann nur hoffen, dass in der Basis ausreichend viele klüge Leute dabei sind, die dann in der Abstimmung des Schwarmes sozusagen in der Lage sind, die Top-Reformen auch als Top-Reformen zu erkennen, echte soziale Reformen von pseudosozialen Reformen zu unterscheiden, unsere echten linken Reformen von pseudolinken Reformen zu unterscheiden. Und das ist aber nicht garantiert. Das ist die Schwäche des Basisdemokratischen, dass wahrscheinlich keine repräsentative Wählerstichprobe Mitglied bei der Basis geworden ist, sondern eine vorselektierte Stichprobe, in der alle die klügeren Leute, die Bedenken gegenüber einer Basisdemokratie haben, aus guten Gründen Bedenken dagegen haben, die werden möglicherweise gar nicht in der Partei sein. Also kann es sein, dass die Basisentscheidungen sogar der Partei eher weit suboptimal, also kurz gesagt sehr schlecht möglicherweise sein werden. Also, Herr Dr. Füllmich, da müssen wir rein, aber es braucht Kompetenz und Prominenz. Top-Kompetenz und Prominenz. Und ich nenne Sie noch mal kurz zum Schluss, wo sind Sie noch mal ganz kurz zum Schluss hier, wo sind die Experten bisher, also Economy4Mankind.org und Lösungen.jetzt sehr weit links stehend, Gemeinwohlökonomie ziemlich weit links stehend, die nextscientists4future.de bodenständig links, bedingungsloses Grundeinkommen, Pseudolinks und Pseudosozial. Ja, aber immer, man braucht die als Berater, ja. Man muss ja diskutieren, man muss ja auch Gegenpole haben, ja. Und vielleicht holen Sie sich noch zwei Berater dazu, aber nicht hundert Berater, weil dann wird es wieder, viele Köche werden dann den Brei völlig verderben, ja. Also, Leute, nur so geht's. Ja, tschüssi, bis morgen. Ja, tschüssi.